Tag 6! Wir haben echt schon gut überlebt! Hallo! Seht euch diese ganzen Dinge, an die ich wünschte... Äh, ich wünschte, ich würde jede Nacht zu viel bekommen. Ähm, einige interessante Dinge. Marco sieht erschöpft aus, vielleicht beanspruchen wir ihn zu sehr. Als allererstes baut Marco jetzt ein Bett und dann legt er sich da rein, würde ich mal sagen. So viel Zeug, wie er jetzt dabei hat. Immer wichtige weibliche Nebencharaktere, ja, stimmt. Ah, ein Bett, okay. Nein! Bauen! Nicht verlassen! Verstellen! So. Nein! Bruno, du darfst, du darfst liegen bleiben. Okay. Er baut... Okay, passt. Dann können wir auch gleich noch ein bisschen kochen. Puh. Marco geht kochen. Nein, Marco geht ins Bett. Bruno geht kochen. Nein, Bruno bleibt im Bett. Ich verwechsel immer die Leute, das ist echt schlimm. Jetzt werden die mal tagsüber schlafen. Du hast 22, steht da. Warum kann dann keiner kochen? Das klopft schon wieder jemand. Der will schon wieder tauschen. Weil ich nichts zum Essen hab. Deswegen geht's nicht. Ach so. Gut, vielleicht kann man ja was mit dem irgendwie tauschen. Verdammt nochmal, das ist gefährlich hier draußen. Okay, okay, okay. Was wollen wir denn tauschen? Also, er hat Essen. Und konserven. Und ich biete ihm dafür... Das ist wohl dein Scherz, das ist nicht genug. Ähm... Zucker? 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 Da steht sogar genau. Hä? Hä? Wo standen das gerade? Ah, okay. Hier steht das. Aber das möchte ich dann eigentlich doch behalten. Gta 4 war dein erstes Gta. Ach krass. Mein erstes Gta war auch das erste Gta. Witzig. Geben wir ihm mal seine Kräuterzigarette hier. Oh, das steht doch da. Ne, da steht echte Tabakzigarette sogar. Nicht irgendwie selbst gedreht. Ja, scheiß drauf. Es reicht nicht. Wie viel will der denn für diese Blöde-Konserve? Jetzt! Okay, da kriege ich aber noch was, oder? So. Ganz viel zu essen. Sehr, sehr gut. Ähm... Das kochen wir jetzt gleich. Okay. Hungrig? Okay, also das wird gleich gegessen. Und dann tauscht er mit irgendjemandem das Bett. Das reicht erst mal. Ach, Gott sei Dank. Müde, krank, erholt sich. Sehr hungrig und erschöpft. Okay. Kurz Radio hören und dann kriegt der hier was zu essen, denn er ist sehr hungrig. Ich bin übrigens auch sehr hungrig, merke ich gerade. So langsam könnte ich auch, äh, auch mal was essen. Draußen ist es kalt bewölkt und es könnte zu Regenfällen kommen. Ach so, schon wieder. Ja. 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 Hüten Sie sich vor Plünderbanden, die die Stadt unsicher machen. Am besten verschließen Sie Ihre Türen und bleiben drinnen. Shit, okay. Also heute Nacht sollte keiner rausgehen. Plünderbanden sind gerade ganz schlimm. Das heißt, wir brauchen zwei Wachen und einer schläft. Die zwei, die gerade schlafen, werden Wache halten. In der Stadt Graviel wurden Massengräber entdeckt. Das haben wir schon. Okay. Also Marco darf heute Nacht schlafen. So machen wir das. Allerdings, nee. Nee, nee, Marco. Pavel darf heute Nacht schlafen. So. Jetzt darf er sich aber trotzdem kurz hinlegen, denn, äh, Marco muss was essen. Und in der Zeit kann der Nickerchen... Ah, das wollte ich nicht. Kann er Nickerchen machen. Ich hätte nichts gegen eine weitere Portion. Okay? Dann ist halt noch eine Konserve. Wahnsinn. Dann kann er sich wieder hinlegen. Jetzt ist er nur noch erschöpft. Aber ein tolles Spiel, wirklich. Es macht so viel Spaß. Mein Lieblings-Nebencharakter in GTA... Ähm... Wie hieß denn der? Der mit seinen Autorennen immer. Den fand ich so lustig. Auch im vierten. Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber der war super. Okay. Also der Bruno kriegt gerade gar nichts mehr hin. Obwohl er schon geschlafen hat. Aber er ist halt auch krank. Es geht nicht anders. Es tut weh. Ich werde jedoch zurechtkommen. Der muss sich jetzt auch ausruhen. Das hilft ja nichts. Ich muss am nächsten Tag, glaube ich, tatsächlich noch ein Bett machen. Brucie! Genau! Brucie! Brucie ist super! Dann beenden wir mal den Tag damit. Was habe ich gesagt, wer wache hält? Das ist immer, wie viele Betten ich habe übrigens. Vorhin habe ich mich doch noch gefragt, was das heißt. Also, ähm... Die zwei, die gerade im Bett sind, das sind ja die beiden hier, die werden wache stehen. Und er darf im Bett schlafen. Ja. Ich habe ein Achievement bekommen.